Herzlich Willkommen zum dritten Modul des Tourenportals, heute mit dem Thema Tourenplanung für Experten und Fortgeschrittene. Heute machen wir eine gemeinsame Tourenplanung für eine Skitour in den Schladminger Tauern. Ganz am Beginn einer jeden Skitourplanung informieren wir uns über die aktuellen Verhältnisse im Skitourbereich in erster Linie über die Lawinensituation. Die rufe ich auf der entsprechenden Lawinenwahrtdienstseite auf, zum Beispiel hier lawine-steiermark.at, natürlich für alle Bundesländer verfügbar. Für das Durchlesen dieses Lawinenlageberichts oder Lawinenprognoseberichts nehme ich mir wirklich Zeit, also da nehme ich mir durchaus eine Viertelstunde bis 20 Minuten Zeit, lese diese gesamten Themenbereiche oder Themenblöcke durch und ganz wichtig ist auch, das nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen, was da eigentlich gemeint ist, was dahinter steckt. In diesem Fall, nachdem es sich nur um eine beispielhafte Planung handelt, werden wir die Lawinengefahr oder den Lawinenlagebericht jetzt nicht im Detail durchbesprechen, sondern das einfach so der Informationshalber stehen lassen. Der nächste Schritt, den ich dann mache, ist einmal den Wetterbericht zu checken. Das kann ich entweder über eine App am Smartphone machen oder natürlich auch am PC. Ich würde euch da empfehlen, den Wetterdienst eures Vertrauens zu nutzen. Das kann zum Beispiel eine Seite wie hier Meteo Blue sein, wenn ihr damit gern und regelmäßig arbeitet. Es kann natürlich auch das Zamkbergwetter sein oder jeglicher andere Wetterbericht, mit dem ihr sozusagen vertraut seid, wo ihr unter Umständen auch gewisse Schwächen kennt, die ihr dann einfach mit einberücksichtigen könnt und darauf reagieren könnt. Also da gibt es jetzt keine klare Empfehlung. Das ist der beste Wetterbericht. Da würde ich einfach empfehlen, das zu verwenden, was ihr eigentlich im normalen Gebrauch immer am liebsten und am häufigsten verwendet. Ja, im nächsten Schritt steige ich dann in das Tourenportal ein. Und was natürlich jetzt ganz wichtig ist, ist, dass ich jetzt auch noch mit einfließen lasse, ob diese Skitour jetzt in Bezug auf ihre Länge, in Bezug auf die Steilheit, die wir rauf gehen müssen, die wir runter fahren müssen, ob diese Parameter eigentlich für die Gruppe, mit der ich unterwegs bin, überhaupt geeignet ist. Sprich, wenn ich Kolleginnen oder Kollegen mithabe, die zum Beispiel jetzt nicht steiler als 30 Grad abfahren, dann macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn, eine Skitour im extrem steilen Gelände zu planen. Weil erstens haben sie dann keinen Spaß. Ihr habt auch keinen Spaß. Das ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass es zu Schwierigkeiten kommt. Also das ist ganz wichtig, dass die Tour grundsätzlich jetzt einmal für die Gruppe oder auch für euch vom Schwierigkeitsgrad geeignet ist. Wir nehmen das jetzt in diesem Beispiel auch an, dass die Gruppe oder die Tourgeher, die diese Tour jetzt vorhaben, dafür auch das Technische und Konditionelle können und die Konditionelle Ausdauer haben, um diese definitiv lange Skitour auch zu machen. Ja, wenn ich diese Parameter wie Lawinengefahr, Lawinenlagebericht und Wetterbericht einmal wirklich durchgelesen habe, den Lawinenlagebericht wirklich auch verstanden habe, was diese einzelnen Themenblöcke oder einzelnen Textblöcke bedeuten, steige ich eben in die Tourenplanung ein. Ich beginne dann wirklich immer mit der Topo-Karte. Ich beginne immer mit der Topo-Karte. Wähle mir auch wieder, wie gestern in der Tourenplanung schon erwähnt, die Disziplin Skitour aus. Das hat einen Einfluss auf die Gehzeitberechnung. Und es wird dann auch automatisch die Hangleitungskarte schon eingeblendet. Die schalte ich mir jetzt rechts unten in dem Kartenmodul aus. Die brauche ich jetzt nicht. Und schaue da mal da rein in dieses Tal, in dieses Beunegg-Tal, hast du es da bei Schlagnin. Wir können da, man sieht es, die weiße dicke Straße ist eine öffentliche Straße. Also das heißt, wir können da bis zu dieser Mautstation im Winter auch hereinfahren, bis zu diesem Punkt 1097. Und dann beginne ich im Grunde einmal ganz grob, mir die Tour anzuschauen. Die Skitour führt da im Bereich des Grabens, also den Forstweg da einmal langtaleinwärts herein, bis auf die Ursprungalm. Und ihr seht, schon da ist unser Tourenziel, die Kampspitze. Und da gibt es definitiv mehrere Aufstiegsmöglichkeiten. Möglicherweise da von Nordwesten her, über diesen Kessel oder über diese Nordwestflanke. Möglicherweise ist es auch machbar, dass wir da über dieses sogenannte Winterfeld aufsteigen und da auf diesen Südrücken herauskommen. Und in so einem Bogendicht und Gipfel aufsteigen. Möglicherweise müssen wir aber auch wirklich noch weiter ausholen, da herauf zu den Zwei-Giglach-Seen. Also wirklich da um diesen Südrücken oder Südgrad sozusagen herumgehen und da aufzusteigen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das müssen wir uns im Detail dann anschauen, was möglich ist. Für die Abfahrt schaut es so aus, dass wir da eben nach Nordosten abfahren werden. Ihr seht, das ist freies Gelände mit einigen Rinnen und Mulden. Es ist ein bisschen felsdurchsetzt, das sehen wir da an den grauen Schrappuren. Und in weiterer Folge werden wir wahrscheinlich versuchen, da diesen Karrenweg oder schlechten Forstweg zu erreichen und über den dann ins Tal abzufahren. Wir werden dann die Skitu einfach da auch wieder im Bereich des Beginns der öffentlichen Straße beenden. Ist ganz egal, ob man da jetzt im Winter reinfahren kann oder nicht. Das nehmen wir jetzt einfach einmal an. Ja, ich beginne sozusagen jetzt meine Tour zu planen und werde jetzt einmal bis auf die Ursprung des Forststraßennetzes nutzen. Wir haben das ja gestern schon durchgemacht. Schauen wir uns das noch einmal an einem Beispiel an. Wenn ich meine ersten Punkte setze, dann wird da jetzt nicht entlang der Forststraße geroutet, sondern es wird eine direkte Verbindung zwischen den Punkten, die ich angeklickt habe, gemacht. Das liegt daran, dass ich, wenn ich diese Skiturnaktivität auswähle, diese Magnetfunktion vorab oder automatisch deaktiviert wird. Ich lösche mir den Punkt B jetzt wieder raus, schalte den Magnet ein, weil das jetzt eben für diesen ersten Forststraßenabschnitt sehr praktisch ist. Da brauche ich mir nicht besonders viele Punkte setzen. Ich mache das dann immer so, dass ich diesen letzten Punkt, den ich gesetzt habe, an den oberen Bildschirmrand in dem Fall jetzt verschiebe und dann irgendwo so im unteren Bildschirmrand meinen nächsten Punkt setze. Dann habe ich das nämlich auch auf einen Blick kontrollierbar, ob das passt, wo es da ausgerechnet wird. Ich schalte mir da jetzt zur besseren Übersicht einfach einmal da unten dieses Höhenprofil weg. Das interessiert mich jetzt zwischenzeitlich nicht. Das mache ich jetzt weiter und ihr seht, ich habe jetzt diesen gesamten Bräuneck-Kram, dieses Bräuneck-Tal eigentlich mit 1, 2, 3 Klicks perfekt entlang des Forststraßennetzes schon modelliert. Also da verspare ich mir schon einmal ganz viel Zeit im Vergleich dazu, wenn wir uns das da jetzt einfach einmal ausprobieren. Wir würden da in dem Bereich beim weiteren Aufstieg diese Magnetfunktion nicht verwenden. Wenn ich da diese Punkte setze, ihr setzt es, um das genau zu machen, muss ich da wirklich viele Punkte setzen. Da ist wirklich diese Magnetfunktion sehr, sehr praktisch und gut zu verwenden. Also ihr seht, es ist wirklich aufwendig, da diese Punkte zu setzen. Wenn ich den Magnet wieder verwende, dann kann ich das einfach wirklich wesentlich schneller machen. In weiterer Folge, da bei der Ursprungalm, werde ich jetzt auf die Magnetfunktion verzichten. Und nachdem wir jetzt überhaupt keine Ahnung haben, wo wir da aufsteigen, wäre ich da jetzt auch einfach wirklich nur eine direkte Linie einzeichnet. Also das schaue ich mir sozusagen dann im Detail mit anderen Karten an, wie ich da aufsteigen kann. Für die Abfahrt sehen wir da schon, dass es vom Ippel weg, so nach Nordosten hinauf, einen Rücken gibt. Den werden wir für die Abfahrt nutzen. Und wir werden dann da einfach versuchen, da in diesen Bereichen, siehst du, da führt eine Linie runter, diese Linie zu überqueren. Das macht man ganz bewusst so, weil wir uns einfach jetzt so vorstellen, dass wir die Route so wählen. Also wir könnten natürlich heroben rüberfahren, ich möchte das jetzt aber ganz bewusst so machen. Und da im unteren Teil komme ich wieder auf den Forstweg, da kann ich auch wieder auf den Kartenweg, da kann ich jetzt die Magnetfunktion wieder perfekt nutzen. Und da ganz im unteren Teil werden wir es uns auch noch anschauen, ob wir dann da über den Forstweg herausfahren oder ob wir da im Gelände runterfahren können. Auch da verwende ich jetzt einmal einfach die direkte Linie. Ja, somit habe ich jetzt eigentlich einmal meine Route ganz grob vorgegeben. Ganz grob. Das heißt, ich habe in gewissen Schlüsselstellen, wo ich jetzt eigentlich noch keine ausreichende Geländerinformation habe, noch überhaupt keine Routenwahl sozusagen gemacht. Das mache ich jetzt im zweiten Schritt. Jetzt korrigiere ich sozusagen diese zwei Bereiche, da ganz am Beginn und ganz am Ende der Tour, wo ich noch zusätzliche Informationen einholen möchte. Für mich ist da jetzt im Bereich des Gipfelaufstiegs in erster Linie interessant, ob dieser Aufstieg dort direkt zum Gipfel möglich ist, ob das von der Steilheit möglich ist. Und ob das auch technisch machbar ist. Ihr seht, es sind da immer wieder felsige Abschnitte drinnen, vor allem im Gipfelbereich. Da nach Südwesten herunter und da nach Osten herunter sind Felswände oder zumindest höhere Felsschrobenbereiche, die wahrscheinlich mit Skiern kaum machbar sind. Da nach Norden runter ist es möglicherweise durchaus machbar. Ich blende mir im Zuge dessen die Handmählung einmal ein. Und wir sehen auch schon, schauen wir uns da kurz die Informationen an. Wenn man da auf das I raufklickt, kriegt man dann zusätzliche Infos zum Gelände. Wir sehen das da auch gleich auf der ersten Einstiegs-Grafik. Also gelb ist eben über 30 Grad, orange ist über 35 Grad und dunkleres Orange oder ins Rot gehen ist über 40 Grad. Gut, das heißt, wir haben dort in diesem Bereich herauf definitiv sehr steiles Gelände. Also wir können da nicht im Bereich unter 30 Grad aufsteigen. Wenn wir uns das im Detail genauer anschauen, sehen wir, dass wir durchaus da, wenn wir es ein bisschen geschickt ausholen würden, durchaus da bis kurz unter den Gipfel in recht passablen Gelände kommen. Daher oben wird es ganz steil. Und was jetzt ganz wichtig ist, achtet jetzt bei der Tourenplanung wirklich auf Details. Auch da könnten wir jetzt sagen, möglicherweise ein sehr versierter Tourengeher könnte so eine Passage noch meistern. Aber schaut einmal da auf den Gipfel herauf. Das letzte Stück, die letzten Höhenmeter zum Gipfel, die sind extrem steiles Gelände. Blenden wir uns die Hangneigung noch einmal aus und schauen uns das noch einmal im Detail an. Und zwar, der Gipfel hat 2390 Meter, also fast 2400 Meter. Und wir sehen da, diese herunterre dicke Linie ist die 2300er Linie. Und wenn wir die da in diesen Nordwestkessel herein verfolgen, dann sehen wir, dass die wirklich ganz nahe beieinander liegen. Also tatsächlich da heroben noch in diesem ganz extrem steilen Bereich, schalten wir uns das jetzt noch einmal ein, deutlich über 100 Höhenmeter, also mindestens 120 oder 140 Höhenmeter in diesem extrem steilen Gelände zurückzulegen wären. Sprich, das ist nicht eine kurze Stufe, sondern das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr extrem steiler Gipfelaufbau, der definitiv möglicherweise für Steilwand-Skifahrer machbar ist, für uns als klassische Skitourengeherr definitiv nicht mehr machbar. Also würden wir die Skitouren über dieses Nordwestkarr versuchen, dann wäre wahrscheinlich da mitten im Kesselschluss, spätestens dann aber da heroben. Also der Durchstieg da herauf ist für uns so nicht möglich. Wie gesagt, diese Art oder diese Überlegung muss sich dann natürlich auch mit dem Lawinenlagebericht verbinden, mit dem Lawinenlagebericht in Einklang bringen. Wir haben gehört oder gelesen im Lawinenlagebericht, dass es im Bereich über 1900 Meter, sprich in diesem ganzen Gipfelbereich sinkt wird, in dieser Höhenlage über 1900 Meter, dass dort einfach mit Triebschnelllinsen zu rechnen ist, dass es dort die Auslösung einer Lawine einfach möglich ist, vor allem in Kammlagen-Gelände, vor allem in Rinnen und Mulden. Also das trifft definitiv auf all dieses Gelände in diesem Nordwesthang zu. Also dafür wird tendenziell eher gewarnt. Heißt natürlich nicht, dass in diesem einzelnen Hang jetzt wirklich diese Lawinensituation so herrscht. Der Lawinenlagebericht gibt ja eine Auskunft über eine ganze Region. Aber der Lawinenlagebericht warnt uns vor gewissen Dingen und die finden wir da jetzt wieder. Also das macht jetzt auch im Einklang mit dem Lawinenlagebericht die Tour eher schwierig durchzuführen da hinten herauf. Deswegen schauen wir uns die nächste Möglichkeit an, die wir haben. Ich habe zu euch gesagt, wir könnten probieren, da über dieses Rinderfeld aufzusteigen. Und wir sehen das jetzt auch da schon sehr gut anhand der Handneigungskarte, dass das auch extrem steiles Gelände da herauf ist. Also auch deutlich über, also große Bereiche über 35 Grad. Da reicht ein Blick auf die Handneigungskarte. Ich schalte sie nochmal aus, dass ihr den Unterschied seht, wenn wir uns das da auf der normalen Wanderkarte oder ÖK-Karte anschauen, erscheint es durchaus machbar, hier aufzusteigen. Also es erscheint durchaus möglich, hier raufzukommen. Wenn wir die Handneigung einblenden, sehen wir, dass das nicht mehr so einfach möglich ist. Oder auch hier wieder extrem steiles Gelände. Das heißt, wir werden uns darauf konzentrieren, wirklich da auszuholen, ja. Deutlich auszuholen und entlang dieses Südrückens da aufzusteigen und da unseren Weg möglicherweise da rauf zu suchen oder auch da den Gipfel sozusagen halb zu umrunden und über diese geplante Abfahrtslinie aufzusteigen. Dazu ziehe ich mir jetzt diese Zwischenpunkte einmal ein bisschen ins Gelände herein, ja. Ich steige da entlang, da gibt es auch so einen Karnweg im Sommer durch dieses Hochtal darauf auf. Da im oberen Bereich werden wir dann noch genauer uns das anschauen, weil wir da auch steilere Bereiche sehen. Ja, und da steigen wir dann einmal einfach über den Südrücken ein Stück auf. Dann schauen wir uns da den Gipfelbereich noch an. Auch da sehen wir von den Höhenschichtlinien alleine schon, es ist sehr zerrissenes Gelände, ja. Also wir haben viele Kuppen, sehr stark kupiertes und strukturiertes Gelände, ja. Wir hätten zwar bis zum Gipfel einen sehr ausgeprägten Rücken oder Grat, ja. Der wäre eigentlich gut ausgeprägt, aber der ist spätestens da im obersten Teil definitiv Felz durchsetzt. Um da jetzt noch ein besseres Bild von dem Gelände zu kriegen, schalte ich dann gerne auf Satellitenbild um. Das dauert einen kurzen Augenblick. Und wenn wir dann da im Detail reinschauen, dann können wir da schon erkennen, dass das definitiv felsdurchsetztes Gelände ist, ja. Sehr stark kupiert. Sehen wir da auch gut an den Höhenschichtlinien, die sind ein bisschen genauer wie in der ÖK. Also der Aufstieg über diesen Rücken da im Gipfelbereich ist wahrscheinlich, da sehen wir es auch im Detail noch, dass da auch viele Felsschrofen drinnen sind, schwierig möglich. Das heißt, wir schalten wieder in die ÖK zurück. Wir werden unsere Skitour tatsächlich über den Nordostrücken ziehen, ja. Dazu wähle ich jetzt einfach einmal den Wanderweg da draußen. Wir queren zum Wanderweg und entlang des Wanderweges steigen wir auf. So einmal die Grobplanung, ja. Dann schauen wir da in den unteren Teil, den wir auch noch nicht geplant haben. Da müssen wir uns jetzt folgende Frage stellen, jetzt habe ich am Punkt zu viel gesetzt, folgende Frage stellen, macht es Sinn, da im unteren Teil über diesen Wanderweg abzufahren? Ist da genug Schnee? Ihr habt sehr heuer wahrscheinlich alle die Unterwegsformationen festgestellt, wenn es Schladminger dauern, ist wenig Schnee. Entschuldigung, jetzt wollte ich eigentlich die Handlung einblenden. Wenn wir uns das da anschauen, haben wir da auch entlang des Wanderweges eine Steilstufe drinnen. Entlang des Forstweges fahren wir zwar, da queren wir zwar steile Hänge, aber auf einem Forstweg, das können wir uns dann durchaus auch vor Ort anschauen, planen wir die Skitour mal so, dass wir da diese Steilstufe entlang des Wanderwegs vielleicht noch am Forstweg umfahren und vermeiden und dann aber da durchaus ins Gelände herunterstechen, sozusagen in den Wanderweg. Der Ton ist fort. Hat sonst auch noch jemand ein Tonproblem? Nein. Alles gut. Ich verstehe dich gut. Alles gut. Das ist perfekt. Dann lieber ernstlich an deinem PC oder Tablet. Gut. Schauen wir weiter. Der nächste Schritt, den ich mir anschauen möchte oder die nächste Stufe der Tourenplanung ist, dass ich mir wirklich diese Tour von Beginn an noch einmal durchschaue und entsprechend anpasse. Das heißt, ich werde jetzt hin und her wechseln zwischen Hangneigung in Verbindung mit der Topo-Karte und dem Satellitenbild und werde mir ein bisschen versuchen, ein Bild über das Gelände da links und rechts zu machen. Und zwar mache ich das so, dass ich mir vorstelle, diese blaue Linie, also unsere geplante Tour jetzt wirklich zu gehen und wirklich für jeden Abschnitt zu überlegen, wie schaut das Gelände in der Natur draußen aus, in dem ich mich bewege und wie schaut das Gelände in dem Fall jetzt im Graben links und rechts ober mir aus beziehungsweise in weiterer Folge dann rund um mich. Wie schaut das Gelände rund um mich aus? Ja, wenn wir da uns vorstellen, wir gehen da in dieses Bräuneck da hinein, dann sehen wir da durchaus schon gut, wir haben links und rechts sehr steile bis extrem steile Hänge. Es ist da definitiv nicht auszuschließen, dass grundsätzlich da Lawinen sich spontan lösen könnten. muss man natürlich auch wieder mit dem Lawinenlagerrecht in Einklang bringen. Bei der aktuellen Situation ist das jetzt wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich zu erwarten. Es ist aber durchaus auch der Text, also der Satz drinnen gestanden, dass durch den Regeneintrag der gerade in den tiefen Lagen sowieso die Schneedecke durchnässt werden kann und dementsprechend auch möglicherweise dann Lawinen tatsächlich auch jetzt spontan in diesen tiefen Lagen abgehen könnten. Um jetzt sozusagen ein bisschen ein besseres Bild zu kriegen, wie gefährdet ist dieser Graben da rein, schalte ich dann gerne die Hangneigung einmal aus, dann schauen wir uns das kurz an. Wir sehen auf der ÖK grundsätzlich, dass das links und rechts bewaldetes Gebiet ist. Wir haben links und rechts bewaldetes Gebiet. Wir sehen aber auch schon, dass es da in diesem Bereich des Waldes definitiv so Schneisen oder Schläge gibt. Solche Schneisen und Schläge entstehen eigentlich ausschließlich durch Lawinenabgänge, sprich dieser Bereich da oben wird sich wahrscheinlich regelmäßig entladen, deswegen ist der Wald da auch zurückgedrängt. Im Detail kann ich mir das dann noch mit dem Satelliten oder Luftbild anschauen und da sehen wir zum Beispiel schon sehr gut, ganz im ersten Bereich auch, das sind definitiv Bereiche, wo es oben große Hangzonen gibt, die dann einfach wirklich komplett freies Gelände, da sehen wir, da sind ein paar Stauden und Latschen und so zeigt, aber das ist definitiv kein schützender Wald, so wie das zum Beispiel da in dem Bereich jetzt wäre, also man sieht da definitiv zwei große Lawinengänge, einmal runtergehen, wie kann ich damit jetzt umgehen, weil das natürlich jetzt auch ein bisschen provokant wäre zu sagen, na gut, wenn ich das da 300 Meter nach dem Parkplatz schon habe, dann kann ich da auch nicht reingehen, das ist sowieso zu gefährlich, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, ich würde aber durchaus so weit gehen, dass ich einfach sage, okay, ich habe dann gleich einmal am Beginn, jetzt im Aufstiegssinne rechts einfach Lawineneinflussbereiche und ich habe das schon, ich habe diese Gefahr sozusagen in der Tourenplanung bereits erkannt, werden wir dann, wenn ich da herauskomme, in dieses freie Gelände das einmal anschauen, sind da schon Lawinen abgegangen, liegt da überhaupt noch Schnee drinnen, vielleicht ist das ja auch schon aber, sehen wir da Windzeichen, wie stark war der Regen einträgt, also ich bereite mich einfach vor, was könnte mich da erwarten, ich sage nicht per se, das ist jetzt eine Gefahrenstelle, da muss ich jetzt umtragen, also ich bereite mich vor, es wird beim hereingehen in dieses Bräunigtal immer wieder Lawinenstriche geben, die vor allem von der Westseite hereinkommen, also im Aufstiegssinne von rechts herkommen, vor allem der ganzen Beginn zwei große, je weiter wir da ins Tal hineinkommen, desto besser wird das eigentlich, da haben wir eigentlich überall ziemlich durchgehenden Wald, also es gibt da zwar schon Schläge, die sind aber definitiv nicht so groß, wie diese Einflussbereiche da zuvor, also diese Überlegung stelle ich da einmal beim hereingehen in dieses Bräunigtal an und überlege mir dementsprechend sozusagen Umgehungs- oder Alternativmöglichkeiten eine Alternativmöglichkeit die wir definitiv hätten wäre dass es da auf der Ostseite auch noch einmal einen Forstweg herein gibt wenn wir uns in Erinnerung rufen diese Lawinen Striche da waren im vorderen Bereich also da ist es durchaus möglich dass man ein bisschen weiter östlich auf der anderen Talseite sozusagen ausholen und über diesen Forstweg den Graben sozusagen betreten oder die Tour so beginnen ja in weiterer Folge kommen wir dann weiter nach hinten wir schauen uns da auch wieder jetzt grundsätzlich die gleiche Thematik an auch da erkennen wir zum Beispiel schon Bach der herunter fließt mit einem Wasserfall drinnen das heißt das ist sicher auch kein flaches Gelände auch so ein Kessel könnte sich möglicherweise wirklich bis auf unsere Route herunter entladen auch da schauen wir uns das jetzt wieder im Peteil an da sehen wir aber durchaus dass das bewaldetes Gebiet ist sprich ganz große Lawinen werden da nicht durch runter kommen sonst würde da nicht der Bewuchs sozusagen gut wachsen weil die Lawinen doch regelmäßig in so ganz extrem steilen Lawinen Strichen abgehen und die Vegetation dann zerstören und den Nachwuchs verhindern ja im weiteren Bereich kommen wir dann schon in diesen hinteren Teil auch da sehen wir da gibt es oben große Tanksysteme es gibt dann zwar einen sehr lichten Wald wenn wir im Detail reinzoomen sehen wir dass da wirklich dazwischen große freie Bereiche herunter sind wo Lawinen möglicherweise bis da ganz runter abgehen könnten sprich wir haben das dann auch im hinteren Teil unseres unseres Bräunecktals noch einmal zu beachten da ganz hinten im Bereich der Moorhof Alm haben wir dann wirklich links und rechts Dichtenwald und Dichtenbewuchs also da ist mit großen spontanen Lawinen die bis ins Tal auf unsere Route abgehen sicher bei der aktuellen Lawinen Situation nicht zu rechnen also wenn dann sind das ganz kleine Rutsche von einer Forststraßen Böschung aber große Sachen sind da sicher nicht zu erwarten ja und dann geht es den nächsten Teil den nächsten Abschnitt schauen wir uns die ÖK noch einmal an zwischen dieser Moorhof Alm und der Ursprung Alm zu beurteilen zu begutachten da sind wir grundsätzlich immer auf einem Forstweg unterwegs ja wir sehen aber auch schon da in diesem Bereich ja dann führt dieser Forstweg definitiv durch sehr steiles Gelände sprich gehtechnisch wird das kein Problem sein wir gehen eh am Forstweg aber die Böschungskanten und möglicherweise dieser Hamm da ober uns ihr seht auch das ist felsdurchsetztes Gelände der ist möglicherweise kritisch zu beurteilen ja auch da benutze ich dann wieder das Luftbild schauen wir das an ihr seht das ist ein bisschen schwierig zu erkennen vor allem für euch jetzt weil diese die die Widergabe über das Zoom leider nicht so gut ist ich vermute dass ihr da jetzt nur einen schwarzen Fleck seht schaut es euch selber zu Hause dann in Ruhe zum Beispiel an ich sehe das jetzt ein bisschen besser also es gibt da durchaus durchgängige Vegetation ja erst da heroben wird es dann so Licht dass wir eigentlich so Latschenzonen sehen in dem Bereich haben wir eigentlich dichten Wald sprich auch da ist jetzt die Windgeschwindigkeit die den Triebschnee sozusagen einblast sicher etwas reduziert im Vergleich zu freiem Gelände und auch große zusammenhängende Hangsysteme liegen da nicht vor ja gut schauen wir uns den nächsten Teil dann geht es eigentlich da recht entspannt bis auf die Ursprung Alm herauf ja die Alm selber liegt auch auf einem flachen Hochtal oder am Beginn so eines flachen Hochtals ja und dann kommt dieser Abschnitt da herein bis ich nenne das jetzt einmal Bereich Gigach sehen also da in diesem Bereich da führt wie ihr seht auf der Karte auch ein Kahnweg herauf da können wir uns aber schon denken dass der im Winter wahrscheinlich gar nicht mehr erkennbar sein wird mitten im Tal rund aufwärts das heißt er wird zugeblasen sein zugewählt sein davon wird nicht sichtbar sein wir steigen da also immer im Tal rund auf und für uns wichtig ist jetzt wie schaut es mit diesem hängen der Oberhalb aus wie schaut es mit diesen Bereichen aus gut dazu würde ich einmal sagen blenden wir kurz einmal die Hangneigung aus weil das steil ist das haben wir alle schon erkannt was wir noch anschauen in dem Bereich unmittelbar über der Ursprung gibt es noch einzelne Baum Symbole bzw. Latschensymbole die gibt es dann in weiterer Folge nicht mehr schauen wir uns einmal am Luft oder Satelliten Bild an wie dicht da in dem Bereich da ist unser Wegpunkt der Blaue wie dicht da in diesem Bereich die Vegetation tatsächlich ist wir schauen uns das wieder an und ihr seht dass da durchaus noch so relativ dichte Baumgruppen stehen also es ist möglich dass wir da in ein bisschen geschützt voll windgeschützten Bereich sozusagen in dieses Hochtal einmal hineinschauen da in weiterer Folge seht ihr auch sehr gut da gibt es wirklich keinen Baumbestand mehr also zumindest es nur mehr ganz einzelstehende einzelne Tonne also definitiv da heroben in dem Bereich keinerlei Lawinenschutz durch irgendeine Form von Vegetation ja da in dem Bereich in diesen Baumgruppen sind wir sicher noch von beiden Seiten etwas geschützter als dann da hinten in diesem Kessel ja das heißt wir müssen da in diesem Bereich die Lawinensituation links und rechts von unserer Route beachten was müssen wir beachten das Auslösen einer Lawine durch uns bei dieser Lawinensituation wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich dass wir da wenn wir da herunten gehen da ganz roh in diesem Gipfelbereich oder in dem extremsteilen Bereich was auslösen wir sehen aber dass wir da im rohberen Teil uns dann wirklich sehr geschickt bewegen müssen um diese Steilzonen zu vermeiden definitiv haben wir von beiden Seiten große heikle Einfluss Bereiche sprich wenn wir da sehen dass spontane Lawinen bei einer gewissen Lawinensituation oder Wettersituation zu erwarten sind dann wird unsere Schiebe wahrscheinlich da vorne im Bereich dieser letzten Baumgruppen eher zu Ende gehen weil das einfach ein Gelände ist wenn es spontane Lawinen da geben kann dann ist das natürlich russisches Roulette da rein zu gehen weil Mountain abgehen das können wir wahrscheinlich oder können wir sicher nicht exakt vorhersagen also wir wir merken uns für diesen Bereich da jetzt wir haben links und rechts steile Einfluss Bereiche im Spurbereich selber sind wir auch wieder unter 30 Grad unterwegs wenn wir das da im oberen Teil geschickt ausnutzen diese Hangleitungskarten sind extrem genau ihr könnt es dann durchaus da wirklich so kleine Details auch noch anpassen man schaut sich das dann natürlich im Gelände draußen eh so an wie es vom Gelände draußen passt aber ich gehe da durchaus gerne den Weg und passe das wirklich ganz exakt an weil es mir dann auch in Erinnerung bleibt aha in diesem oberen Teil zum die ich auch sehe ist es links und rechts steil und auch zwischendurch gibt es einige Stufen aber wenn ich das Gelände perfekt ausnutze komme ich eigentlich nie über die 30 Grad Grenze ja also wir haben uns auch da das Gelände gut vorgestellt wir gehen durch ein Hochtal herein links ganz große Hänge rechts ebenfalls große Hänge herunten sehr steil dann wird es ein bisschen flacher also auf dieser Westseite ist der Einflussbereich nicht ganz so groß wie auf dieser Ostseite ja wir kommen dann in den Bereich der Giedlach sehen ihr seht dort beginnt das Gelände jetzt felsdurchsetzt zu werden ja das sind jetzt keine großen Felswände die da drinnen stehen sondern das ist eher Schrofen Gelände also kurze kleine Stufen die sich in der Regel wenn man es da anschaut das Gelände ist allgemein eher flach ja die sich sicher lokal gut umgehen lassen solche Bereiche wie da rüben oder da schalten wir kurz die Hangneigung aus dass wir die Schraffur besser sehen solche Bereiche da ist durchaus anzunehmen dass wir die mit Ski nicht durchqueren können wir haben extreme Steilheit und wir haben eigentlich einen durchgehenden Strophenbirtel sprich das wird im Gelände draußen einfach so ein kleines Felswandel oder Steilwandel sein über das wir nicht drüber kommen wir ziehen uns die Route da ein bisschen an den Rücken heraus und wenn wir das geschickt machen setzt es bereich gesetzt das ist oben felsig unten felsig eine wirklich markante geländekante sehr hoch oben schon auf 2200 meter sprich das ist sicher auch ein Bereich wo es wenn es frischen Triebschnee gibt die sozusagen prädestiniert ist dass der Triebschnee irgendwo im Bereich je nach Windrichtung zum Beispiel da drinnen liegt oder da drinnen liegt das muss man sich dann vor Ort anschauen was wir uns durchaus merken können oder mitnehmen können ist dass wir im Zweifel durchaus da sozusagen weiter links ausholen können und da herum über diese Schulter im flacheren Gelände eine Alternative haben da müssen wir auf der Rückseite wieder ein paar Meter absteigen oder mit den Fällen runterrutschen aber es ist durchaus eine gute Alternativ Möglichkeit welche dieser zwei Varianten jetzt besser ist müssen wir uns einfach vor Ort selber im Gelände anschauen das ist etwas was wir aus der Karte heraus nicht lesen können weil wir einfach nicht wissen wie sind in dem Bereich lokal die Verhältnisse aber wir merken uns wir haben in diesem Bereich zwei Varianten die wir machen können es geht dann zu dem See herüber und auch da sehen wir gibt einfach steilere aber sehr lokale Bereiche sprich das werden kurze Steilstufen sein wenn man ganz genau schaut kämen wir auch wieder irgendwo im Bereich unter 30 Grad durch sprich Wir können natürlich auch etwas weiter ausholen da verlieren wir gerade einmal 20 Höhenmeter das ist jetzt nicht die Welt und die Route sozusagen ein bisschen weiter ausholen lassen da oben seht ihr es auch schon da haben wir ein bisschen zu direkt gezeichnet da holen wir auch noch etwas weiter aus und da sehen wir jetzt tatsächlich auch bis zum Gipfel rauf entlang dieses Nordostrückens flacheres Gelände also unter 30 Grad führt was wir euch jetzt auch noch zeigen möchte schauen wir uns kurz die Open Street Map in dem Bereich an da sehen wir nämlich dass tatsächlich da auf diese Kampspitze auch ein Steig rauf führt der ist in der ÖK gar nicht verzeichnet da sehen wir den gar nicht in der Open Street Map die durchaus oft das Wegenetz noch vollständiger drinnen hat sehen wir dass es durchaus im Sommer einen Wanderweg gibt die Abfahrt entlang des Nordostrückens ist glaube ich klar dass wir das Nordostrücken beginnen ja und dann geht es darunter in dem Bereich dieses Rücken oder dieser Geländer Rippe darunter eben auf zwei Seiten von einer Rinde oder Mulde umgeben ist auf der Nordseite diese Scheitrinne die ist sogar beschriftet die im Süden hat keinen Namen aber da sehen wir dass unser Versuch direkt abzufahren wahrscheinlich nicht funktionieren wird oder mit Sicherheit nicht funktionieren wird auch da haben wir jetzt wieder so einen Schrofen Bereich drinnen wir befinden uns definitiv noch weit über der Baumbrenze achtet da bitte ganz genau drauf wir haben da das weiße sind eben freie Flächen ist alpines Tartland oder alpines Ötland mit einzelstehenden Latschen das sind diese Dach Symbole diese grüne Fläche da herunten die grüne Fläche symbolisiert grundsätzlich zwar Wald und Bewuchs aufpassen muss man aber eine grüne Fläche mit Dächern oder diesen Baum Symbolen das ist ein Latschen oder Erlenfeld sprich auch da sind wir nicht im Wald unterwegs gerade im Winter wenn viel Schnee liegt ist das für uns weil die Latschen zugeschneit sind ganz gleiches Gelände wie da heroben das freie Fläche schauen wir uns das am Satelliten oder Luft auch noch einmal an da sehen wir das ganz deutlich da heroben in dem Bereich ist hauptsächlich Wiese Schotter und ein paar einzelne Latschen und da herunten werden die Latschen dann mehr aber definitiv ist das kein Wald Bereich aber ihr habt das vielleicht eh schon gesehen es gibt möglicherweise da in dem Bereich eine Chance durchzukommen ziehen wir uns die Route einfach einmal da her also dieser untere Teil der ist wahrscheinlich relativ problemlos machbar da heroben schauen wir uns das jetzt auch noch einmal ganz im Teil an blenden wir jetzt die Hangleigung dann kurz aus wir sehen es ist definitiv Gelände über 30 Grad aber wenn wir die Hangleigung ausblenden und uns die Höhenschichtlinien anschauen dann sehen wir durchaus dass da eigentlich ein sehr ausgeprägter Rücken herunter führt und diesen Rücken könnten wir definitiv für unsere Abfahrt in Erwägung ziehen das ist wahrscheinlich machbar wenn es nicht machbar ist würde ich das für mich so beurteilen dass ich sage ich fahre mal bis da her und schaue mir das an weil ich wirklich da jetzt runter fahren möchte andernfalls steige ich da noch einmal diese 100 Höhenmeter auf das ist jetzt nicht so weit und kann das Gelände dann umfahren auch aber wir versuchen das da so runter zu fahren wir haben die Überlegung angestellt auf dem Rücken zu bleiben auf dem Rücken abzufahren und damit auch den flachsten Gelände Bereich sozusagen auszunutzen Ja der nächste Schritt also das schauen wir uns auch noch kurz an Entschuldigung das habe ich jetzt übersehen wenn wir da abfahren wie schaut das Gelände aus das ist freies alpines Gelände sehr weite Hänge schauen wir uns noch einmal ohne Anleitungskarte an sehr weites Gelände im Grunde fahren wir auf einen ganz breiten Rücken ab der von zwei Gräben oder Rinnen umgeben ist dieser breite Rücken ist definitiv aber auch nicht ein großer Rücken sondern auch da gibt es lokal kleine Rinnen Mulden Rippen und so weiter und so fort also das wird einfach so weitläufiges alpines Ödland sein also sicher schön zum Skifahren und sicher auch immer wieder man sitzt ja auch schon durch diese Fels Schraffuren immer wieder auch Gelände fallen im Bereich dieser Felsen kurzen Steilstufen die man definitiv draußen dann beachten muss und entsprechend darauf reagieren muss also das ist sicher ein Gelände das bei schönem Wetter und guter Sicht traumhaft zu begehen ist mit dem man irrsinnig gut spielen kann mit dem man irrsinnig gut arbeiten kann bei Neville können wir uns wahrscheinlich alle vorstellen ist das Gelände eine ziemliche Katastrophe also da ist es sicher nicht möglich mit diesem Gelände vernünftig zu navigieren ja den herunteren Teil schauen wir uns auch noch an auch da sehen wir schon wieder entlang dieses Karrenwegs der durch diese strichpunktierte Linie dargestellt ist da sehen wir dass wir einfach steile Bereiche haben wir werden da auch uns versuchen entlang dieses Weges zu orientieren das ist sicher die Referenz für uns in weiterer Folge da herunter schauen wir uns das da vor allem noch an wie schaut da das Gelände aus was ist da ober und was ist unter uns auch da blende ich wieder kurz die Handlungskarte aus ihr seht das auch schon da von diesem Rücken da oder diesem Grat da herunter der zur Viertelhöhe rausgeht gibt es definitiv Freihänge das sehen wir sogar da auf der ÖK Karte schon die da durch runter gehen wahrscheinlich auch Lawinenstriche wenn wir uns das so anschauen dass die da mitten im Wald so einzelne freie Zonen sind das ist eigentlich schon anzunehmen schauen wir uns das auf dem Luftbild auch noch an da erkennen wir auf jeden Fall dass da so wie da oberhalb unserer Route unserer Forststraße in dem Fall definitiv freie Hänge sind sprich wir müssen uns wenn wir diese Abfahrt so herein wählen sicher sein dass diese Hänge dann auch für uns beurteilbar sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Befahrung möglich ist wir sind aber definitiv auch schon wieder in tieferen Lagen als wir uns schon im Laufe unserer Tour bewegt haben also wir haben sehr viele Möglichkeiten beim Aufstieg auch schon gehabt diese Höhenlage und diese Exposition auf die wir bei der Abfahrt treffen im Bereich des Knackenkreuzes dass man über diese Art der Hänge jetzt im Laufe der Tour schon eine Übersicht verschaffen ein Bild verschaffen wie ist die Schneesituation da und dann würde ich sagen ist es durchaus zumutbar dass man im Bereich da oben wo wir entscheiden müssen ob wir die Aufstiegsroute wieder abfahren dass man durchaus gute Abschätzung machen können wie schaut es da in dem Bereich aus relevant ist für uns da definitiv spontane Lawinengefahr sprich wenn sich da herum in diesem Steilgelände etwas löst trifft es definitiv unsere Aufstiegsroute oder unsere Abfahrtsroute Entschuldigung was man natürlich auch sagen muss wenn wir uns diesen Bereich anschauen wir sind wenn wir da in der Abfahrt sind dieser Gefahrenzone dieses Kessels da nicht allzu lange ausgesetzt also wir fahren da einmal durch rüber das heißt wir sind deutlich kürzer diesen Bereich ausgesetzt wie zum Beispiel dort dieser Steilstufe direkt unter unseres Gipfels entlang dieses Hochteils da sind wahrscheinlich eine Stunde unterwegs da nur ein paar Minuten sprich jetzt bei einer Lawinengefahr mit spontanen Lawinen vor allem eines tageszeitlichen Verlaufs das heißt am Nachmittag wird es einfach gefährlicher hätte man da sicher den Vorteil dass man durch die nordseitige Exposition einfach weniger Sonneneinstrahlung hat sprich die Schneedecke wird durch die Erwärmung weniger stark geschwächt und wir queren eigentlich deutlich unter dem Hang entlang des Forstleges einmal rüber also sprich wenn jetzt keine großen Lawinen spontan von oben zu erwarten sind dann ist es durchaus sehr wahrscheinlich diese Passage gut meistern zu können da hätten wir sicher schon wesentlich heiklere Stellen entlang der Tour hinter uns gebracht was natürlich immer noch machen können wenn wir da auf diesem Rücken herum sind dass wir auf jeden Fall in dieses Gelände reinschauen das sehen wir nämlich relativ gut rein zumindest in diesen oberen Teil wo dieser Forstweg in diesen Kessel hinein abbiegt und wenn wir erkennen dass das wirklich ganz heikel ausschaut dann besteht immer noch die Möglichkeit entlang dieses Weges wieder zurück aufzusteigen das ist jetzt zwar von der Strecke relativ weit aber es sind eigentlich auch nur ein bisschen über 100 Höhenmeter die wir zurück rauchen müssen also auch das wäre jetzt noch eine Fluchtmöglichkeit die wir hätten schauen wir uns das ganz kurz noch an also in diesem Bereich darauf hätten wir definitiv weniger Einfluss Bereiche es gibt zwar da auch steile Bereiche aber die sind dann schon wirklich deutlich ober der Spur und deutlich weiter entfernt also diese Fluchtmöglichkeit besteht auch noch ja stellen wir uns das Gelände kurz vor wie schaut es aus wir queren dann auf diesem Forstweg herüber befinden uns in so einem Latschen Gürtel dieser Forstweg quert dann oder traversiert den Hang entlang um so einen Rücken herum und dann bild es eben diesen großen Kessel so einem langgezogenen Bogen zu durchfahren also wir queren einen großen Kessel sobald wir dann diesen Kessel fertig durchquert haben sind wir wieder vom Rücken heraus definitiv auf einem gutmütigeren Gelände und fahren dann entweder in direkter Linie da gibt es einen Schlag das ist die weiße Fläche ein Schlag runter oder fahren diese Forststraßen raus das ist ganz egal und da im herunteren Bereich eben wie auch schon angesprochen gibt es die Möglichkeit dass wir da entlang des Sommer wegs runter fahren da merken wir uns dass wir bei der Einfahrt einfach links von uns eine Steilstufe haben sprich in dieser Forststraßen kehre bleiben wir noch am Weg und holen dann einfach da ein bisschen noch raus und fahren dann in diesen Graben da runter alternativ wahrscheinlich haben wir skitechnisch nicht gar so viel davon alternativ haben wir immer noch die Möglichkeit diesen Forstweg runter zu fahren der führt ja dann trotzdem auch wieder zu unserem Ankunftspunkt also auch das wäre noch eine Möglichkeit die ich in Erwägung ziehen kann und als Alternativ Variante sozusagen in Erwägung ziehen kann ja gehen wir es noch mal ganz kurz durch das mache ich dann für mich auch immer wieder dass ich mir einfach diese Gefahren stellen die wir jetzt erkannt haben in Erinnerung rufe und mir auch ganz kurz diese Überlegungen noch einmal in Erinnerung rufe die wir angestellt haben ich persönlich mache das so dass ich mir das nicht aufschreibe weil ich das Gefühl habe wenn ich das jetzt wirklich noch einmal gut durchgehe und mir noch einmal anschaue dann ist das so im Gehirn eingebrannt dann brauche ich das draußen nicht mich verwirrt dann so eine Mitschrift oft mehr als sie mir draußen hilft sprechen wir es einfach durch gut wir starten da entlang des Vorstwegs müssen dann im Bereich rechts von uns sprich westlich von uns also im Aufstiegssinne rechts einige zumindest zwei große Lawinenstriche queren das sehen wir aber gut rein das schauen wir uns an wie die Situation ausschaut eventuell weichen wir auf die trübere Grabenseite aus zumindest werden wir unter diesen Bereichen nicht unbedingt eine längere Pause machen die werden wir einfach zügig queren dann geht es eigentlich relativ lang in gutmütige Gelände rein bis zu dieser Moorhof Alm nach der Moorhof Alm kommt dann diese Dreifach Kehre im oberen Teil wo wir uns in Erinnerung rufen da gibt es eine felsige Stufe direkt ober der Straße auch da müssen wir uns anschauen wie frei ist das Gelände tatsächlich wie viel Wind kommt dort rein wie viel Neuschnee ist da möglicherweise drinnen welche Triebschnee Zeichen sehen wir da also das war dieser Bereich dann haben wir einen ganz großen Bereich da zwischen knapp oberhalb der Ursprung Alm und der Gieglach Seehütte oder dem oberen Gieglach See wo wir von beiden Seiten ganz große Einfluss Bereiche haben die vor allem in Bezug auf spontane Lawinen oder Lawinen die durch andere Skifahrer ausgelöst werden heikel sind also Lawinen die von weiter oben kommen nicht unbedingt jetzt in unserem Spurbereich unser Spurbereich ist eigentlich immer unter 30 Grad wenn wir die Spur geschickt werden ja da herauf rücken wir erinnern uns da gibt so Felsstufen so Schrofenstufen da haben wir die Möglichkeit unten durch zu traversieren oder mit einem kleinen Mehraufwand bis oben zu umgehen und dann gilt es einfach je nach Lawinensituation weiter auszuholen und wirklich den Gipfel dann sauber von Nordosten her zu besteigen bei bei der Abfahrt entlang der Aufstiegsroute das erste Stück dann zwischen diesen zwei markanten Rinnen am Rücken hinab da rufen uns in der Änderung aufpassen es gibt ganz lokale Felsstufen die möglicherweise Absturzgefahr bieten beziehungsweise auch vielleicht der Sackgasse wo man dann gar nicht durch runter kommt also ein bisschen vorausschauend Skifahren und da schauen wir dann definitiv auch schon in diesen Kessel herüber das sehen wir rüber das schauen wir uns an das vergessen wir nicht dass wir einen Blick auf den unteren Teil werfen weil da können wir wie gesagt noch gut flüchten da im Bereich der Querung würde ich sagen da an dieser Kante wo unser Punkt G liegt da spätestens schauen wir uns dieses K wirklich im Detail an und werden dann auch wenn man das als sicher einschätzt diese Querung da rüber definitiv ohne Pause zurücklegen also wir werden jetzt nicht unbedingt mitten da drinnen in dem Kessel eine Pause machen sondern wir werden das auch wieder zügig queren also diesen Gefahrenbereich nicht bewusst lange aussetzen und dann gibt es einfach ganz herunten noch die Möglichkeit einmal zu überlegen haben wir noch Kräfte da im Gelände abzufahren oder ist uns eh schon wurscht und die Manna schnippen ausgangen wir rutschen über den Forst ins Tal also so schaue ich mir diese Planung an wir haben jetzt ziemlich genau eine Stunde gebraucht übt das lest euch diesen Artikel auch auf der Naturfreunde Seite durch ich habe den auch den Link schon in den Chat hinein kopiert oder findet es in der letzten Naturfreunde Zeitung in diesem Artikel ist im Grunde genau das gleiche beschrieben anhand einer anderen Skitour aber es ist ganz egal aber diese einzelnen Schritte sind da auch so skizziert und ich kann euch versichern wenn ihr das regelmäßig macht regelmäßig übt mit dem Kartenbild vertraut seid das haben wir heute natürlich vorausgesetzt im Expertenmodul sprich diese einzelnen Signaturen und die Höhlenschichtlinien zu kennen und solche Sachen das muss man natürlich beherrschen um das dann in so hoher Qualität machen zu können und ja und nehmt das vielleicht diesen Artikel so als Anhaltspunkt oder als Hilfsstellung Ja ich speichere mir diese Tour dann ab ja also diese Planung ab das können wir so durchaus benannt lassen heute schauen wir es uns an wenn ich das abgelegt habe weil da gibt es noch einige eine wichtige Funktion die ich euch zeigen möchte einerseits eben das habt ihr eh schon in den gestrigen und vorgestrigen Teil gesehen diese Funktion merken oder meine Karte um das jetzt sozusagen schon auf mein Smartphone als markierte Tour als hochgereite Tour zu übertragen da gibt es auch die Möglichkeit einen GPX Track herunter zu laden um das dann zum Beispiel weil ich das App nicht nutzen möchte auf mein Garmin Gerät oder was auch immer zu übertragen das ist da möglich und was auch noch wichtig ist was ich dann immer mache ich nutze diese Druck Funktion ich druck mir die Karte einmal die gesamte Tour einmal aus also ich habe die Übersichtskarte ich habe die topografische Karte kann mir das dann noch den Maßstab einstellen denn ich möchte das mit 1 zu 25.000 passt eh ich kann mir die Legende noch dazu drucken und kriege dann einfach eine PDF-Datei die ich mir als Backup sozusagen ausdrucke falls ich ein Problem mit meinem Smartphone habe oder oder der Akku ausgeht oder was auch immer was wir uns auch noch anschauen dann da das haben wir jetzt sozusagen angenommen dass wir das einfach packen die Strecke von 19,2 Kilometer 5 Stunden und 5 Minuten dauert diese gesamte Runde wir haben im Aufstieg knapp 1300 Höhenmeter in der Abfahrt etwas mehr also wir haben eigentlich fast gleich viel Abfahrt wie Aufstieg und wenn ich dann noch einmal in diese Karte reinklicke sehe ich da das Höhenprofil das ist jetzt vielleicht nicht so interessant für Skit und das ist vielleicht zum Mountain Falcon oder Radolf mal interessanter was auch noch wichtig ist ich kann diese Planung jetzt mit Freunden teilen da kann ich diesen Link verschicken zu dieser Tour das mache ich auch immer wenn ich jetzt mit meinen Kollegen morgen die Skitur gehe dann schicke all diese Planung die ich gemacht habe oder es ist natürlich auch noch möglich diese Planung zu bearbeiten und ja und sozusagen gewisse Dinge abzuändern rückgängig zu machen und so weiter und so fort gut wir haben jetzt diese Viertelstunden Planung in einer Stunde gemacht wie gesagt versucht das selber plant eure Turen plant das auch vielleicht einmal in einem Bereich wo ihr ohnehin schon auskennt also bekanntes Gelände zum Üben verwenden und dann werdet ihr sehen werdet ihr auch Meister der Tourenplanung und werdet so eine komplexe Skitur mit so vielen Gefahrenstellen wie wir es da haben auch in sehr kurzer Zeit in so hoher Qualität planen können und dann wie das ist das ist ist das ist das ist das